Okay, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem exklusiven Mid-Journey-Tutorial dieses Mal. Heute mit den wichtigen Faktoren, die man hier hinten dran mit Minus Minus angeben kann. Es gibt ein paar, nämlich Seed, es gibt natürlich No, das haben wir letztes Video behandelt. Es gibt die Aspect Ratio, die Quality, das Chaos und Stylize. Die wollen wir uns ganz kurz angucken. Diese Seeds machen im Endeffekt Folgendes. Also ich habe hier einmal ein Bild generieren lassen von Alan Turing, der in der Renaissance sich befindet und ein artistisches Setting hat und so weiter und irgendwelche architekturellen Elemente und Patterns im Hintergrund hat. Und das Ganze soll gezeichnet sein von Studio Ghibli. Ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht geworden. Es hat eigentlich an sich nicht wirklich eine Aussage. Was allerdings wichtig ist, ist das hier hinten dran, Minus Minus Seed 1337. Der Seed ist eine normalerweise zufällig gewählte Zahl. Und diese zufällig gewählte Zahl ist eigentlich dazu da, um einen gewissen Zufall zu gewährleisten. Das heißt, wenn ich dieses Bild hier oben generiere, dann werdet ihr mit demselben Befehl hier ein anderes Bild generieren. Und deswegen sehen diese Bilder auch immer anders aus. Wenn ihr es quasi hier, wenn ihr sagt, ich hätte gerne eine Variante davon oder ich würde es gerne ein bisschen anders machen, dann wird normalerweise hier der Seed ein bisschen verändert. Oder wenn ihr denselben Befehl einfach nochmal eingebt. Das ist normal. Das ist im Endeffekt der Zufall, aus dem die Bilder überhaupt erst generiert wurden. Und in unserem Fall haben wir jetzt diesen Zufall festgelegt. Den findet ihr übrigens auch bei Stable Diffusion. Den könnt ihr dort sogar von Hand immer einstellen. Normalerweise steht der auf Minus Eins. Das bedeutet, er wird zufällig generiert. Während wenn ihr ihn festsetzt, dann werdet ihr einfach, wenn ihr diesen Befehl hier ausführt, genau dasselbe Bild wirklich generieren. Das heißt, es wird ein bisschen vorhersagbar, welche Bilder generiert werden könnten. Und dementsprechend kann man Ergebnisse reproduzieren. Und das macht das Ganze einfacher. Denn so kann ich hergehen und sagen, okay, jetzt ändere ich zum Beispiel leichte Dinge am Hintergrund. Also zum Beispiel sage ich nicht irgendwelche Architekturpatterns im Hintergrund, sondern ich ändere wirklich explizit den Hintergrund und der Rest bleibt dann relativ direkt so. Dadurch erreiche ich eine gewisse Konsistenz und kann quasi an meinen Bildern weiter generieren, wenn man so möchte. Ich kann also das bestehende Bild verbessern und mich mehr daran orientieren, was sah gut aus und wie will ich es in Zukunft haben. Zum Beispiel würde ich gerne mehr von dem haben und weniger von dem. Ihr versteht, was ich meine. Okay. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, möchte ich euch noch eine weitere Sache zeigen, die wir auch schon angesprochen haben. Minus Minus V5. Bedenkt bitte, dass das hier genau dasselbe Befehl ist, sogar derselbe Seed ist. Allerdings wird ein anderes Modell verwendet und zwar haben wir hier Minus Minus Version V5. Ihr könnt die Version 1, 2, 3, 4 und 5 verwenden aktuell. Wobei, ja, ihr habt ziemlich sicher irgendwann in naher Zukunft Version 6, 7, 8 und so weiter und so fort. Also es wird nicht da aufhören. Aber die Grundlagen bleiben hier eigentlich gleich. Was wir hier sehen können ist, dass bei Version 5 definitiv viel mehr Details reingebracht werden. Das heißt, wir können hier diese Umrandungen sehen. Die sind noch detailreicher, noch mehr davon einfach. Und wenn das vielleicht einfach mal zu viel ist, dann kann man hier auch durchaus die Version auf 4 setzen oder gar auf 3, damit man eher solche Ergebnisse hat. Ich zum Beispiel finde das hier in diesem speziellen Fall dann doch ein bisschen angenehmer. Man kann aber natürlich auch einfach dazu schreiben, wenige Details. Das geht selbstverständlich genauso. Also müsst ihr im Endeffekt ein bisschen mit rumprobieren. Nur eben die Version 5 oder je höher die Version ist, desto detailreicher, desto mehr befindet sich häufig auf dem Bild, wenn man es nicht anders definiert hat. Okay, wir bleiben jetzt bei Version 5 und kommen zu dem nächsten Befehl, nämlich Minus Minus AR. Minus Minus AR ist die Aspect Ratio. Das heißt, wir geben hier explizit an, wir hätten es ganz gerne in 16 zu 9. Das ist das normale Format, das ihr meistens bei eurem Bildschirm habt. Das ist ein sehr angenehmes Format, aber nicht unbedingt das Format, das für Bilder normal ist. Ihr könnt natürlich auch 9 zu 16 machen oder was auch ein häufiges Format ist, 2,35 zu 1. 2,35 zu 1 ist meistens das, was man als Kinoformat bezeichnen würde und seit Version 5 mit Johnny könnt ihr wirklich beliebige Aspect Ratios hier angeben. Also wenn ihr irgendeine weirde Aspect Ratio haben wollt, die zum Beispiel perfekt für Instagram passt, könnt ihr das hier eingeben. Zum Beispiel, dass ihr dann sagt Minus Minus AR 9 zu 16. Ich glaube, das müsste Instagram Format sein. Oder natürlich 1 zu 1. Das wäre dann das, was standardmäßig gemacht wird. Oder 2,35 zu 1 oder 1 zu 2,35. Also dann habt ihr es halt hochkannend. Das könnt ihr euch überlegen, wie ihr es wollt. Und im Endeffekt so auch sehr, sehr detailreich die Auflösung oder die, ja, die, im Endeffekt die Aspect Ratio eben einstellen. Gut, das nächste wäre einmal, und jetzt basieren wir wieder hier drauf, beachtet bitte, das hier ist das Originale und das hier ist das leicht veränderte, das stilisierte Bild. Ihr seht die Ähnlichkeit zwischen dem hier und dem hier, hoffe ich mal. Die sehen sich ja an sich schon ähnlich und das merken wir einfach daran, dass der Seed derselbe ist. Das heißt, hier produzieren wir an sich keine Varianz. Die Bilder, selbst oben rechts, unten rechts, also hier das, was oben links ist, ist dasselbe, was hier oben links ist. Das, was hier oben rechts ist, ist dasselbe, was hier oben rechts ist. Und normalerweise, ja, würden wir hier, wenn wir nicht das Stylize reingepackt hätten, dasselbe Ergebnis bekommen. Das Stilisieren führt aber dazu, dass noch etwas mit den Bildern passiert. Die Werte für Mid-Journey Version 4, 5, 1 und 2, also alle außer 3, sind von, ich glaube, 1 bis 1000. Der Standardwert, wenn man es nicht angibt, ist der hier, der liegt bei 100. Ich habe jetzt hier gesagt, mach mal bitte maximale Stilisierungen, maximal 1000. Und das führt meistens dazu, dass man mehr Details auf den Bildern bekommt, dass man mehr Elemente auf die Bilder bekommt und dass sie noch ein bisschen mehr Schatten zum Beispiel, mehr Realismus, mehr Beauty, ja. Das Ding hat quasi einen eingebauten Beauty-Filter. Ähm, ihr könnt gerne mal hier kurz vergleichen, wie die beiden Bilder aussehen. Ich mache sie mal auf. So, also links sind die mit Stylize 100, rechts sind die mit Stylize 1000. Und ich finde vor allem, hier sieht man, dass es ein bisschen mehr in Realismus geht. Hier sieht man, dass es mehr Details einfach von allem hat. Also noch mehr als davor schon. Hier sieht man, dass er irgendwie wieder realistischer aussieht und auf seinem Anzug sogar noch mehr Details sind. Hier ebenfalls das Ganze. Also ich glaube, da kann man, und deswegen habe ich auch übrigens das Motiv gewählt, da hat man relativ, ja. Man sieht einfach, es ist mehr. Jetzt ist natürlich meine Aussage hier nicht, ihr solltet mit Stylize 1000 um euch werfen, ja. Ihr müsst überlegen, das ist wie ein Regler, den ich auf maximalen Anschlag gedreht habe, hier Stylize 1000 zu benutzen. Der Standard ist, wie gesagt, 100. Das ist zehnmal so viel. Ihr könnt, wenn ihr ein bisschen mehr wollt, auch einfach auf 250 gehen. Wenn ihr ein bisschen weniger wollt, einfach auf 75 oder 50 gehen. Ihr müsst nicht gleich auf 1000 gehen, ähm, sondern das ist so ein Regler, den man hier, ähm, reinziehen kann. So, dann bauen wir uns noch was mit genau demselben übrigens, also hier wieder allerdings Stylize 100, also ich habe ihn nicht verändert, den Wert. Und zwar den Chaos-Wert. Ich mache auch die nochmal nebeneinander auf. So, ähm, erinnert euch bitte auch hier daran, der Seed ist derselbe. Das heißt, der, das Bild sollte an sich ungefähr in eine ähnliche Richtung gehen. Was ich jetzt allerdings mit dem Chaos-Wert gemacht habe, den ich hier wirklich auf Ansatz gedreht habe, also Chaos 100 war das, äh, linke Bild hier, das da, ist im Endeffekt, ich produziere mehr Varianz in den einzelnen Bildern. Und mehr Varianz bedeutet wirklich mehr Chaos. Wir sehen hier, also man muss ja auch den nicht auf Anschlag drehen, ne. Ähm, im Endeffekt, wir wollen hier mit irgendwas Architekturelles, mit Patterns im Hintergrund symbolisieren und zeigen halt einen sehr extremen Stil. Hier zeigen wir einen anderen extremen Stil, hier einen nochmal dritten extremen Stil und hier nochmal einen vierten. Je krasser ihr den Chaos-Wert auftritt, desto stärker werden diese Stile ausgeprägt. Und damit kann man manche, ähm, Kunststile auch ziemlich beeindruckend darstellen, sag ich mal. Also man kann da wirklich hergehen und sagen, hey, mach das mal bitte in, äh, in Brutalismus und hier maximal auf volle Pullo. Jetzt wäre, glaube ich, meine Kunststiererin von damals stolz. Also ich habe keine Ahnung von Kunst, ja, das bleibt euch überlassen. Ähm, aber mit dem Chaos-Wert könnt ihr hier extrem den Regler nochmal auf Anschlag drehen. Ihr könnt auch mal ausprobieren, was passiert, wenn ich Chaos und Stylize auf Maximum drehe. Aber das sind im Endeffekt die Möglichkeiten, ähm, die ich, ja, in Mid-Journey an sich habe. Ich kann auch die Quality hochdrehen mit Minus Minus Q. Allerdings würde ich euch das nicht unbedingt empfehlen, weil ich persönlich an der Quality nicht wirklich einen Unterschied gemerkt habe. Es braucht allerdings von eurem Abo mehr Prozessor oder mehr Berechnungszeit, kann man sagen, wenn ihr die Quality hochdreht. Und, naja, einen wirklichen Unterschied habe ich dabei nicht gemerkt. Deswegen würde ich euch die Option Minus Minus Q nicht unbedingt empfehlen zu der aktuellen Zeit. Und ein weiteres Ding, Minus Minus IW, habe ich euch auch noch nicht gezeigt, weil wir das Thema noch nicht hatten. Ihr könnt nämlich auch Bilder innerhalb von Mid-Journey und, ähm, mehrere Bilder und noch Befehle miteinander verarbeiten. Und genau darum wollen wir uns dann nächstes Mal kümmern, beziehungsweise irgendwann die Male drauf. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.